Hey Leute, was geht? Ich war willkommen zu einem Video mit dem Tim. Was geht? Wie geht's dir Kumpel? Guck mal, wir haben Wasserpistolen. Ich mach nicht das, Junge. Komm her. Was geht, Alter? Denn, Leute, wir müssen heute Autos waschen. Bist du bereit? Bin bereit? Wir müssen heute arbeiten. Let's go. Oha, guck mal, siehst du was? Das ist einfach so ein Drecksjob, Alter. Oha, wie sauber. Können wir das bitte machen? Wie krass sieht das aus? Guck mal, ich kriege hier die ganze Zeit 15 Dollar dazu. Guck mal, vorher sah es so dreckig aus, Leute. Schaut euch das jetzt an. Und wenn ich hier jetzt Wasser drauf mache, guck mal, wie sauber das wird. Das glänzt ja schon fast. Oha, ist echt weg. Ich mach das von unten nach oben, Mann. Ich auch. Oha, Leute, schaut euch das an. Hier noch die Fenster müssen wir sauber machen. Zack, so, die sind sauber. Hier auch den Grill und alles. Perfektes Licht. Oho, meine Wasserpistole geht langsam leer. Nein, die ist, glaube ich, schon leer. Nein. Was mache ich jetzt? Hey, ich weiß nicht. Ja, warte mal, hier zeigen Pfeile. Ich muss hier lang gehen. Muss ich nachfüllen gehen, oder was? Warte mal. Du musst ja bestimmt den Wassertack aufnehmen, oder? Ah, du musst ins Wasser reingehen. Dann kannst du hier nachfüllen, Leute. Ja, aber mit mehr Wasser ein Auto waschen. Das ist nicht bestimmt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Aber egal, es funktioniert ja hier im Spiel. Deswegen, let's go, lass weitermachen. So, wir müssen erstmal den ersten hier komplett sauber machen. Da kommt ja gleich noch ein Bus und hier ein Polizeiauto und so, Leute. Das wird richtig krass. So, aber das erste haben wir schon fast fertig. Man, ich will alles sauber haben. Komm schon, das Auto lange. Boah, das dauert echt mega lange, Mann. Ja, ich treffe nicht richtig. So, hier oben ist es auch komplett dreckig. So, sauber. Okay, meins sieht langsam sauber aus. Nur noch ein paar kleine Stellen. So, hier. Ja, ey, hast du das Heck mal gesehen? Ist doch alles doch voll dreckig einfach. Ja, jeder hat sein eigenes Auto. Und du musst doch komplett anders waschen als ich. So, okay, bei mir ist es komplett sauber, glaube ich. Obwohl, da oben ist doch ein kleines Stück. So, jetzt ist es komplett sauber. Kriege ich jetzt eine Belohnung, oder habe ich die Belohnung schon bekommen? Ich weiß nicht. Okay, ich gehe erstmal nochmal nachfüllen. Welches Auto machen wir jetzt nächstes? Das Polizeiauto? Ja, auf geht's. Das Polizeiauto wird bestimmt richtig cool. So, jetzt muss ich nachfüllen. Let's go. Und hab nachgefüllt. Wir können auch gleich einen Tank kaufen, damit wir viel mehr Wasser im Platz haben. Machen wir gleich. Ich würde sagen, erstmal nach dem Polizeiauto. So, das mache ich diesmal schneller. Diesmal bewege ich meine Maus viel schneller, damit es besser funktioniert. Komm schon. Du musst doch irgendwie einen Tipp geben, oder nicht? Irgendeinen Trick. Boah, du musst die Maus so kreisen lassen ein bisschen. Ah, ja, so funktioniert es echt gut. Oha, ich mache gerade richtig viel sauber, richtig schnell. Ja, aber das geht viel schlauer. Im Kreis lohnt sich das ja richtig. Oha, das geht richtig schnell sauber. Oha, richtiger Lifehack, Leute. Wenn ihr dort den noch nicht kanntet, dann müsst ihr das auch unbedingt mal probieren. Hier so im Kreis drehen, wie ich das gerade mache. Heftig. Okay, muss wieder nachfüllen. Aber guck mal, mit dem ersten Tank schon fast komplett sauber. So, ich guck jetzt schon mal, wie toll ist der nächste? 1.000, oh, den kann ich mir gleich holen, glaube ich. Dauert nicht mehr lange. Gleich haben wir, glaube ich, genug Geld. So, dann gibt es auch noch einen Shop. Okay. Und es gibt stärkere Wasserpistolen und alles gleich. Aber egal. So, das Polizeiauto haben wir gleich fertig. So, da oben ist auch ganz dreckig. Das machen wir jetzt auch hier ganz schnell sauber mit unserem Trick hier. Zack, zack. Oha, schon sauber. Nice. Hier vorne auch noch ein bisschen. Und zack, der ist, glaube ich, jetzt komplett sauber. So. Der ist ja mega clean einfach. Ja, den will ich jetzt auch fahren. Oh, hier ist ein Mülltonnen. Die können, glaube ich, auch sauber machen. So, bringt das was? Oh, wie viel hast du schon dort geklebt, Alter? Weil wir sind 1.200. Und du? Was? 500? Hä? Ich habe ja viel sauberer gemacht als du. Was machst du mal? Ich bezahle dich nicht fürs Nächstun. Hey, ja, ich mache das schon 10. So, als will ich hier den. Das ist ein Krankenwagen. Wo ist der Bus? Oder was ist das hier? Nein, das ist wie so ein Lieferbus oder so. Oh, mein Tag ist leer. Nein. Und ich habe gleich endlich genug Geld, Leute. Es fehlt nicht mehr viel. 2.000 können wir ja schon das Nächste holen. Oha, die hat schon 7.000 sauber gemacht. Oha, so. Die ist ja richtige Profispielerin. Aber warte, dann geht es doch gleich weiter, glaube ich. Wir müssen hier erstmal alles sauber machen. Dann geht es gleich weiter in der nächsten Welt. So, hier wieder kreisen, Leute. Guck mal, wie schnell das geht. Zack, 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 zack. Ich glaube, so klappt es richtig gut. So. So komme ich auch in jede Ecke gefühlt. Ja. Die Mülltonne können wir direkt auch noch mitnehmen. So. Guck mal, Leute. Vorne sieht das jetzt so aus. Und jetzt mache ich hier sauber. Und guck mal, wie viele Sekunden brauchen wir hier alles komplett sauber zu machen. Ich glaube nicht viele. Und vielleicht waren das jetzt 10 Sekunden ungefähr. Und zack, vorne ist komplett sauber. Hier noch die Seite ist komplett dreckig. Die machen wir auch noch schnell sauber, wenn wir es schaffen. So, ich habe genug Geld. Oha, der muss ja mega cool werden, der sauber ist. Ist so. Warte, ich kann jetzt den nächsten Tank kaufen. Let's go. Oha, da muss jetzt viel mehr reinpassen, oder? Basic Tank habe ich jetzt mal gucken. Oder ist der gleich? Ich bin gespannt. Bitte pass viel mehr rein. Komm schon. Ich glaube, das sieht doch mehr aus, oder? Weil das liegt gerade so lange. Hoffentlich hat das einen Unterschied gemacht. Man kann auch gleich bessere Pistolen kaufen. Und so kostet auch 1.000 als ob. Aber den kriegen wir jetzt, glaube ich, schneller, Leute. Wir kommen wieder oben drauf. Wir müssen da oben noch alles sauber machen. Oh, oh. Hey, du musst immer an die Hälfte kreisen. Ja, genau, und jetzt einfach hier. Zack, zack, zack. So, Leute, so klappt es auch gut. Und zack, ist schon hier fast komplett sauber. Hä? Guck mal, das nächste Tor ist freigeschalten. Guck mal, ich kann schon rüber gehen. Boah, kannst du schon? Dann mach das sofort. Aber ich habe noch ein paar Autos. Warte, ich mache hier noch das eine Auto da fertig, würde ich sagen. Leute, wir machen hier heute gute Arbeit. Wir machen hier komplett alles sauber. So, die Mülltonne ist auch komplett sauber. Nice. Und hier noch den Wagen machen wir halb fertig, weil wir müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr fertig machen. Okay, weiter geht's. Wir müssen weiter arbeiten. Hä? Ich dachte, wir müssen ein Auto sauber machen. Guck mal, wir müssen jetzt auch... Boah, jetzt müssen wir alles sauber machen. Ach, hier, guck mal, das ganze Haus. Wie dreckig ist das Haus hier, bitte? Oh, nein. So, ich helfe hier mal schnell. Oh, ein ganzes Gartenhaus. Das dauert doch ewig. Und meine Pistole ist doch viel zu schwach. Warte mal, ich kaufe mal die nächste Pistole. Warte, hier ist die. Hä? Wo kann ich die kaufen? Ja, hier im Shop, da rechts, wenn du auf Beidrückst. Mal gucken, bitte ist die stärker. Komm schon, die muss auch was mehr bringen, oder? Oder ich glaube, die ist schon stärker, Leute. Schaut euch die an. So, ich mache jetzt erstmal den ganzen Boden sauber. So, guck mal, wie schnell das geht, Leute. Jetzt ja auch den Tisch und die ganzen Stühle da. So, wie konnte das so dreckig werden? Wie lange war hier niemand mehr? Hey. Jetzt müssen wir einfach die ganze Arbeit übernehmen. Aber kein Problem, dafür sind wir da. Dafür machen wir das heute. Ich habe mir einen neuen Tank gekauft. Aber ich habe so wenig Geld. Ja, ich auch. Kann man hier einen Brunnen neues Wasser nehmen? Nein, leider nicht. Ich will auch so krasse Wasserpistolen. Die anderen Spieler haben, glaube ich, richtig heftige. Wie teuer ist denn die nächste gleich? Eigentlich, der Tank kostet 4.000. Die nächste Pistole auch 4.000. Das ist ja richtig teuer. Das ist schweineteuer, aber... Oha, guck mal, das sieht ja komplett anders aus, wenn man das sauber macht. Zuerst ist es so braun und dann komplett weiß. Oha. Richtig krass. Die ganze Erde geht da einfach weg. Jetzt sieht das aus wie neu. Zack. Und hier, der Zaun ist fertig. Schaut euch den an, Leute. Also nur von der Seite. Von der Seite. Sieht doch so. So. Schnell die ganze Erde wegmachen. So. Und Tank ist schon wieder leer. Oh, Mann. So, Leute, ich hole jetzt hier mal mehr Geld. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Das mache ich jetzt für euch. Damit ihr sehen könnt, was das hier so bringt. So. Und jetzt. Was soll ich zuerst kaufen? Neuen Tank. Oh, da passt so viel rein. Den will ich unbedingt haben. Doppelt so viel jetzt, glaube ich. Oh, Mann. Und man kann auch hier die Schießrichtung ändern oder was. Oha, die sieht ja viel krasser aus. Aber ich würde sagen, ich hole doch erstmal die nächste Pistole. So. Und jetzt habe ich fast kein Geld mehr mit. Da hat sich das gelohnt. So, mein Tank ist noch voll. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt hier aushalten wird. Und jetzt machen wir den ganzen Boden noch sauber. Oha. Okay, das geht jetzt, glaube ich, viel schneller, oder? Die neue Pistole ist ja viel krasser. Oha. Als ob die viel krasser ist. Ja, das geht jetzt richtig schnell. Und zack, guck mal euch hier den ganzen Boden an, Leute. Guck mal, der Unterschied, wie das sauber aussieht. Komplett anders. Oha. Richtig sauber auf einmal. So, das Haus haben wir immer noch nicht fertig. Ah, hier hinten habe ich noch gar nichts gemacht. Ich muss schnell nachfüllen gehen, oder? Oh nein. So, was passiert, wenn ich jetzt den Tank voll mache? Das muss jetzt eigentlich länger dauern, oder? Weil es noch viel mehr drin, oder nicht? Ja, Mann. Und zack, ist voll. Weiter geht's. Oh, hier ist doch so ein Gartenhaus. Das muss ich auch schnell hier fertig sauber machen. Die ganzen Glasscheiben. Oh nein. Ey, warum stehst du da? Du musst arbeiten, Junge. Das Geld kommt nicht von alleine, Ente. Es wächst nicht auf Bäumen. Ey, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ente. Wir sind doch Kumpels. Du musst mir helfen. Wir müssen dich schnell sauber machen. Bro, ich habe keine Mittagspause. Du hast keine Pause. Los, arbeite. So, was fehlt noch? Wo sind die letzten paar Prozente? Ah, ich sehe doch gerade hier in den Ecken und so. Oh nein. Ich bin so dumm. Die komplett hier vergessen. So. Man muss ja wirklich genau hingucken. Jede Ecke. Man muss ja richtig genau hier arbeiten. Wusste ich nicht. Und von hier unten habe ich auch noch nichts gemacht. Oh nein, Leute. Das habe ich auch nicht gesehen. Oh nein. Ich werde so Ärger kriegen. So machen wir das schnell. Dann habe ich es, glaube ich, schon geschafft. Und die Stühle. Auf denen will doch niemand sitzen. Oh nein. Die allerwichtigsten Sachen habe ich, glaube ich, vergessen. Ja, auf denen habe ich vorher gezählt, Mann. Ich bin... Ende. Ende. So, noch 0,7% fehlt. Und zack. Ich kann zur nächsten Welt. Tschüss, Ende. Ich gehe den nächsten Auftrag machen. Nein. Ich muss jetzt die Schule sauber machen. Das kann nicht wahr sein. Aha. Oha, die müssen gerade ein Sportauto. Wie krass. Das mache ich zuerst aber, Leute. Wer hat überhaupt das krasse Auto so dreckig gemacht? Keine Ahnung. Das steht, glaube ich, schon richtig lange rum. So, die Stato fange ich auch noch schnell an. Oh, die sieht ja danach richtig sauber aus. Die glänzt ja richtig. Oha. Wenn du das sehen könntest. Oh Mann. Okay, Leute. Ihr seht schon da hinten die Schule. Ich glaube, die werden wir in diesem Video nicht mehr schaffen. Guck mal, wie viel Arbeit das ist. Das packen wir jetzt einfach nicht mehr. Ich mache das hier noch. Aber, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt mir vorbei. Und dann würde ich sagen Tschüss. Ciao.